Vier tolle Tage beim Reizentrum Frese, Immenhöfe liegen hinter uns, bei denen wir viel erlebt haben. Tollen Sport, tolle Partys und beste Unterhaltung. Es war ein richtig tolles Festival und wir wollen nochmal mit den schönsten Bildern, mit den größten Emotionen zurückblicken auf diese vier schönen Tage. Es ist ein sehr gemütliches, sehr nettes Turnier mit Top-Bedingungen. Der Veranstalter ist bemüht, das Beste zu tun für Reiter und Pferd und darum komme ich gerne hierher. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bedingungen hier sind natürlich vom Feinsten. Die Familie Frese, die tut wirklich alles, dass wir Reiter und die Pferde sich wohlfühlen. Ein ländliches Turnier, in der sie große Ordnung sucht, seinesgleichen. Die Musik vom Vorstand aus der Sonntag. Das ist wirklich unvergesslich. Und man kann jetzt schon sagen, jetzt freuen wir uns schon die nächsten 365 Tage auf die Immenhöfe 2013.